Mit Ihren Stopp-Office. Die Kondis, meine Damen und Herren, zeigen im wahrsten Sinne des Wortes die hohe Schule, die getretete Sahne, Zirkuslektionen und die gelaufene Covid. Aber auch Transfragen, meine Damen und Herren, ich möchte mit dieser Vorstellung Ihre Liebe zu den Kieren, aber auch zueinander mit dem Publikum leiden. Bühne frei für Barbara und Franz. Applaus 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 Es ist kaum eine Zifferlichkeit, oder?